Im Hintergrund sehen wir jetzt auch schon, dass Julius unsere Hilfskraft heute wieder für uns spielt. Und das ist ein lauter Ton. Keine Ahnung, was ich aufgehört habe. Du hast überhaupt kein Geld. Das ist geil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Computerspiele für den Unterricht. Hier aus dem Zentrum für didaktische Computerspielforschung der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mein Name ist Maja Römer und gemeinsam mit meinen beiden Kollegen Yannick Stechel und Jaron Müller bin ich schon ganz gespannt, heute über das Spiel Bury Me My Love zu sprechen. In dem Spiel Bury Me My Love, herausgekommen im Jahr 2019 von Dear Villagers, ist der Titel Programm. Zumindest, wenn man den Hintergrund kennt. Denn im ersten Moment könnte man natürlich denken, geht es jetzt irgendwie darum, jemanden zu beerdigen? Und das ist nicht der Fall. Vielmehr bezieht sich der Titel nämlich auf eine arabische Abschiedsphrase, die in etwa so etwas bedeutet wie, sei vorsichtig und stirb ja nicht vor mir, beziehungsweise sei vorsichtig, ich möchte, dass du lange am Leben bleibst. Und genau das ist eben auch das Ziel, das die Spielenden hier verfolgen. Denn sie schlüpfen in die Rolle von Majd, der eben in Syrien zurückbleibt, um ältere Familienangehörige zu pflegen, während seine geliebte Ehefrau nur sich auf die Flucht nach Europa begibt. Und in Kontakt bleiben können die beiden diesen gesamten Zeitraum über, indem sie ihre Handys nutzen und sich eben gegenseitig Textnachrichten oder Bilder schicken. Und das ist auch besonders wichtig, denn in der Rolle des MAT, das ist unsere Aufgabe, unsere Ehefrau eben zu unterstützen, wenn sie vor schwierigen Entscheidungen steht. Also etwa, wenn die Frage ist, wo bekomme ich gewisse Ausrüstungsgegenstände her oder welche Fluchtroute soll ich eigentlich wählen? Und unsere Entscheidungen haben ja auch wirklich ganz große und weitreichende Folgen, denn je nachdem, welche der angebotenen Antwortmöglichkeiten wir wählen, gibt es unterschiedliche Enden und davon ganze 19 an der Zahl. Wie genau das aussieht, das sehen wir jetzt. Für uns spielt heute wieder Julius unsere Hilfskraft. An der Stelle ein Dankeschön dafür. Und direkt von meiner Seite aus tatsächlich heute erst mal die Frage, auf welcher Plattform habt ihr das gespielt? Ja, also ich habe das Spiel tatsächlich am PC gespielt. Das hat auch ganz gut geklappt, obwohl es natürlich, du hast es auch schon gesagt, diese Smartphone-Optik hat und natürlich insofern auch dazu einnäht, eigentlich ein Stück weit das Ganze auch wirklich am Handy zu spielen. Bei mir tatsächlich das Gleiche. Ich habe es auch auf dem Computer gespielt. Das heißt, ja, natürlich ist es dadurch so ein klein bisschen weniger authentisch sozusagen. Man hat nicht sozusagen das Gefühl, selbst das Handy in der Hand zu halten. Aber es funktioniert trotzdem, denke ich, halbwegs so, wie es intendiert ist. Okay, vielleicht an der Stelle nämlich so für alle die gerade zuschauende Information, warum ich die Frage gestellt habe. Und zwar fand ich ganz interessant, dass die Entwicklerinnen selbst gesagt hatten, sie wollten es ursprünglich eben nur für das Handy rausbringen. Einerseits, um, wie ich eben beschrieben habe, zu sagen, da wird dann auch wirklich deutlich, es fühlt sich an wie ein Handy. Und gleichzeitig, weil sie auch so ein bisschen die ganze Debatte aufgreifen wollten und eben sagen wollten, okay, es gibt eine Debatte im Sinne von, warum haben die Menschen, die geflüchtet sind, hier dieses Luxusgut Handy und sie eben gesagt haben, damit wird wirklich dann deutlich auf der Reise, das ist das eine, was ich brauche, mit meiner Familie Kontakt zu halten und aber nicht nur um Kontakt zu halten, sondern um, und das erleben wir gleich im Spiel, um eben auch zu wissen, wo gehe ich jetzt als nächstes hin, also quasi um zu zeigen, wie wichtig das ist. Das fand ich an der Stelle eben einfach sehr interessant und eine schöne Hintergrundinformation dazu. Jetzt haben wir ja schon gesagt, es geht bei diesem Spiel um diese Fluchterfahrung und daher noch die Frage so, wie ging es euch mit dem Spiel? Hat es euch gut gefallen? Sagt ihr, das Gefühl kam irgendwie gut rüber, was vielleicht da intendiert war? Wie fandet ihr es? Es ist auf jeden Fall ein Spiel mit einer starken Intention dahinter. Es hat ein sehr starkes Ziel und zwar uns näher daran zu bringen, uns reinfühlen zu können in die Situation, naja, jetzt in dem Fall nicht direkt einer geflüchteten Person, sondern einer Person, die einer geflüchteten Person nahe steht. Das Spiel geht auch ja direkt ziemlich heftig los. Es fängt an mit diesen Schreckensnachrichten, Textnachrichten, die gesendet werden. Ich habe Explosionen gehört, geht es dir gut, was ist passiert? Und dadurch werden wir direkt ziemlich reingezogen und auch direkt so in die Situation versetzt. Eben das vielleicht nochmal spannend, auch wenn man es dann tatsächlich auf dem eigenen Handy sieht. Ich habe Explosionen gehört und wenn man auf einmal das so liest, sich in die Lage reinversetzt, die Perspektive nachvollzieht, dann sitzt das schon ganz schön und man fühlt sich auf einmal sehr, sehr beklommen. Also das Spiel erzielt da wirklich eine große Wirkung auf dem Weg, seine Nachricht sozusagen zu übermitteln. Und man merkt eben halt auch ganz unmittelbar, was das für eine Odyssee ist, jetzt auch zum Beispiel für Nur, die wir jetzt quasi begleiten, mit der wir dann quasi schreiben, die natürlich jetzt nicht plant, über 40 verschiedene Stationen dann irgendwo hinzugelangen auf gut Glück, sondern die natürlich irgendwie eigentlich ein sehr festes Ziel hat, die ihre Flugzeugtickets auch eigentlich hat am Anfang. Und dann wird das eben halt direkt quasi verhindert, dadurch, dass eben halt der Taxifahrer sich weigert, an und hin zu fahren und man nicht an den Ort kommt, an dem man zunächst eigentlich hin wollte. Das stimmt. Ja, und auch, du hast es gerade schon angesprochen, diese 40 Stationen oder eben vielleicht auch mehr. Da einfach, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir haben eben sehr viele verschiedene Enden und einfach aus Interesse die Frage so, wie weit seid ihr gekommen oder im Sinne von, habt ihr es einmal gespielt, wart ihr zufrieden, habt ihr es mehrmals gespielt? Einfach, was war da eure persönliche Erfahrung? Also ich habe ein Ende erreicht, da war ich dann, ich glaube, ich bin bis Ungarn gekommen oder so und dort gab es dann Ausschreitungen, bei denen dann nur verletzt worden ist, die dann aber in Schweden aufgenommen worden sind. Also am Ende war nur tatsächlich in Schweden und konnte dort verbleiben, auch hat dort Asyl gekriegt. Also ich habe schon relativ viel Zeit in das Spiel investiert, bis ich mal so halbwegs in die Richtung eines Endes gekommen bin, habe dann auch nicht mehr tatsächlich versucht, noch mehr davon freizuschalten, auch wenn es schon natürlich so ein bisschen in den Fingern juckt. Es sind schon viele tragische Enden, was natürlich auch leider, leider der Realität nun mal nahe kommt, und dass eben diese Fluchtgeschichten leider häufig doch mit ziemlich tragischen Ausgängen enden. Also das heißt, man wird auch am Ende aktiv noch mal darauf hingewiesen, du kannst noch mal versuchen zurückzugehen, noch mal neu zu entscheiden, eben nur zu verschiedenen Vorgehensweisen zu raten und dadurch zu versuchen, dass sie vielleicht doch heil ankommt. Und das ist schon etwas, was das Spiel mit ausmacht, denke ich. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ziemlich anstrengend in dem Sinne, dass es natürlich eine beklemmende Situation ist, in die wir da gebracht werden. Wir können meistens auch gar nicht viel machen aktiv, sondern wir können eigentlich nur warten, was gerade passiert. Und so geht es diesen Menschen natürlich auch. Aber das macht es dadurch auch ein bisschen schwierig, sich da wirklich dann über längere Zeit noch mal rein zu investieren und noch mal quasi diese emotionale Belastung auszuhalten. Das erfordert dann schon einiges an Stärke, denke ich. Und dazu kommt ja ein Stück weit auch noch, wir sehen es im Hintergrund, es ist nun auch relativ textlastig. Also es passiert schon relativ viel, bis man so ein Ende erreicht hat, man muss relativ viel lesen. Und dann ist die Frage eben halt, wenn man schon quasi einen Endpunkt irgendwie hat, ob man dann noch motiviert ist, sich wirklich noch andere Enden anzusehen, ja, das ist fraglich. Ich denke, da haben wir jetzt ja schon gerade was, was wir sagen können. Das ist eher so eine Herausforderung, vor der man steht oder was einem bewusst sein muss, dass eben der Arbeitsauftrag offensichtlich nicht sein darf mit den Schülerinnen. Ihr müsstet so lange spielen, bis ihr ein bestimmtes Ende erreicht, weil das nicht machbar ist. Aber jetzt die Frage so, das ist ein wichtiges Thema, das steht außer Frage. Aber wo seht ihr das im Unterricht? Also warum sollte ich das in der Schule einsetzen oder wo setze ich das denn ein? Also natürlich, ich denke, was uns direkt anfällt, ist sowas wie Gemeinschaftskunde, Ethik, Religion, so wenn es um das Thema Migration überhaupt geht, um eben halt zu sprechen, möglicherweise über Fluchtursachen und dann eben halt aber auch über Flucht und über Fluchtwege, über Fluchtbiografien, die eben halt durchaus schwierig sind, die eben halt auch nicht so planbar sind und die eben halt Menschen, ja, so ein bisschen hinauswirft in so ein Niemandsland. Man befindet sich dann zwischen Grenzen und kann irgendwie weder vor noch zurück so ein Stück weit. Und das wird hier sehr gut vermittelt. Ja, es ist, denke ich, auch ein Spiel, was sich doch deutlich gut zum interdisziplinären Einsatz eignet. Also es ist halt sehr komplex von dem Thema allein her natürlich schon. Dann auch von den verschiedenen Aspekten, die angesprochen werden. Es gibt auch dann halt Episoden, die jetzt nicht direkt irgendwie nur auf diese eine Fluchtgeschichte abzielen, sondern wo dann zum Beispiel das größte Flüchtlingslager Europas thematisiert wird, wo sie dann Unterschlupf findet und dann erlebt, wie da die Menschen überhaupt leben und bei welchen Umständen. Und das ist auch nochmal eben was, was einen ganz neuen Themenbereich öffnet. Das heißt, genau, diese verschiedenen Fachbereiche werden dadurch abgedeckt. Zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, im Deutschunterricht das vielleicht zu kontextualisieren mit anderer Literatur, die Flucht thematisiert. Ein bisschen, denke ich, kann man dann auch nochmal kritisch rangehen. Man kann, wenn man so ein bisschen recherchiert, zum Beispiel auch so hier und da die Kommentare finden, dass das Spiel auch teilweise nicht nur realitätsnah ist, sondern es teilweise auch so ein bisschen scheint, als wäre die Flucht so eine Art Entdeckungsreise. Und manche stören sich daran so ein bisschen, sodass man da dann auch quasi literaturkritisch nochmal rangehen kann, wenn man dann in die höheren Klassenstufen geht. Aber insgesamt sieht man da dann, denke ich, oder kommt da schon relativ deutlich zum Vorschein, da sind breite Anschlusspunkte gegeben für eine ganze Menge von Fächern. Was dann aber auch relevant ist, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, sind natürlich auch sowas wie, also man muss es dann immer wieder einbetten und man braucht auch viel Vorwissen, so ein Stück weit. Also es geht los in Syrien und da ist es schon irgendwie ein Stück weit sinnvoll, wenn man da so eine Grundidee hat, jetzt mit den Schülerinnen und Schülern, Bürgerkrieg, was ist da der Hintergrund genau, was ist dann die Fluchtursache, aber auch wenn es dann weitergeht, Türkei, Griechenland, Bulgarien, wo auch noch man jetzt nun diese Route dann am Ende hat, was steckt da politisch hinter, dass bestimmte Dinge irgendwie gehen und dass bestimmte Dinge dann auch irgendwie nicht mehr gehen auf einmal. Sodass man dann sagen könnte eben vielleicht eher so, wenn schon eine Unterrichtseinheit zu diesen Themen eben weiter fortgeschritten ist, dann kann man das zum Beispiel nehmen, um nochmal einen emotionalen, direkteren Zugang zu finden. Und auch um diesen Perspektivwechsel einzuleiten, vom Objektiven, vom Obendraufgucken quasi hin, so eine mehr subjektive Perspektive hineinversetzen. Wo man natürlich vorsichtig sein muss, je nachdem, falls man Schülerinnen und Schüler in der Klasse hat, die vielleicht tatsächlich eine entsprechende Geschichte in der Familie selbst erlebt haben oder eben von den Eltern aus erlebt haben. Das gilt es dann natürlich nochmal besonders zu berücksichtigen. Ich denke auch, ich finde auch gerade spannend, ihr habt es ja gerade schon selber angesprochen, auch diese Herausforderungen oder vor allem so die Voraussetzungen, die von Seiten der Schülerinnen da sein sollten, dass sie eben ein gewisses Vorwissen brauchen, dass man eben sagt, es reicht jetzt nicht einfach nur das Spiel zu spielen und dann kann man sagen, oh super, das ganze Thema ist behandelt und drei Fächer sind damit abgehakt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig an der Stelle. Jetzt aber in dem Sinne von den Inhalten weggehend, einfach nur so von den Voraussetzungen, die an der Schule da sein müssen, wie leicht kann ich das Spiel mit in den Unterricht nehmen? Also brauche ich irgendwie besondere Plattformen dafür? Wie sieht das da aus? Gut, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es natürlich nicht nur jetzt am PC erhältlich ist, sondern eben natürlich auch gerade für mobile Endgeräte und das natürlich so ein bisschen für den Unterricht entspannter macht, als wenn ich jetzt mehr in den PC raum müsste. Also von daher sind die Voraussetzungen schon ganz gut, erfüllbar an der Schule, dass man das Spiel auch ganz gut einfach mal spielen kann. Ja, also Hardware ist da, denke ich, weniger das Problem. Kostentechnisch befindet sich so im Mittelfeld sozusagen. Ich meine, es kostet um die 16, 17 Euro. Gibt es auch immer mal wieder so im Angebot erhältlich. Das heißt, da kann man immer mal wieder abwarten, wenn man daran Interesse hat, bis es dann mal wieder runtergesetzt ist. Ist also auch da kein großes Problem. Was man sich im Klaren, worüber man sich im Klaren sein sollte, ist, denke ich, auf jeden Fall diese Textlastigkeit und auch, dass es eben seine Zeit dauert. Das heißt, im Klartext, gut, es ist nicht so arg tatsächlich der Zeitfaktor, den man zum Durchspielen bis zu einem Ende braucht. Der hält sich relativ im Rahmen, sodass man das zum Beispiel mal als Hausaufgabe aufgeben könnte. Spielt mal, bis ihr zu einem Ende kommt. Ist, denke ich, realistisch. Aber es braucht eben doch so eine gewisse Grundeinstellung seitens der Schülerinnen und Schüler, sodass die sagen, ich kann mich darauf einlassen. Und da muss man, denke ich, schon im individuellen Fall mit einer Klasse beurteilen, schaffen das meine Schülerinnen und Schüler oder ist es für die eben doch eine Stufe zu hoch, da sich wirklich anderthalb Stunden oder so auf diese Texte einzulassen und das dann auch ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Okay, das heißt auch von der Klassenstufe, das klingt jetzt da schon so, es wären da so ein, zwei kleinere Hürden da. In welcher Klassenstufe seht ihr das oder so? Ab welcher Klassenstufe? Wir haben darüber gesprochen, dass es nun auch emotional schwierig ist. Von den Vorkenzen sind es nicht ganz einfach. Da ist es sinnvoll, wenn da irgendwie was da ist. Deswegen würde ich das eher am Ende von Sekundarstufe 1 vielleicht verorten, 9. Klasse aufwärts. Also wirklich mit einer so starken 9. Klasse, die auch entsprechend dann die Voraussetzung mitbringt, könnte man es überlegen. Und dann vor allem denke ich aber, geht es schon in Richtung Oberstufe, wo es dann wirklich fruchten kann und wo dann auch die entsprechende Reflexionsfähigkeit dann mit höherer Wahrscheinlichkeit quasi vorhanden sein dürfte. Okay, sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Das heißt, wir sehen jetzt gerade, wir haben hier ein Spiel, das auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch gewinnbringend sein kann. Besonders eben eher am Ende der Sekundarstufe. Und auch dann, wenn wir nicht nur an einfach spezifisch denken, sondern eben sagen, wir sehen das vielleicht eher in so einer interdisziplinären Einheit darin. Dann ist es aber sehr gut geeignet, um eben das Thema Flucht, Fluchterfahrungen und mehr zu thematisieren. Und dementsprechend, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, das ihr gerne einmal mit einem Computerspiel in den Unterricht bringen wollt, probiert es sehr gerne aus. Wir verabschieden uns damit jetzt von euch, wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.